So, ich war beim Friseur und weil ich heute noch nicht gegessen habe, machen wir nur 45 Minuten. Die Friseurinfo war total obsolet, musste aber raus. Wir machen 45 Minuten. Ich bin jetzt überall nur noch mit meinem geilen neuen Skizzenmappe. Ich habe mir auch noch eine geholt. Also wir haben die ja jetzt bei Buttwig und die ganzen Fehldrucke, die nehme ich mit. Also das hier unten ist kein Fehldruck. Das hier war ein erster Testdruck. Die nehme ich mit und benutze die. Heute malen wir hier drin. Ich genieße das auch total. Ich mag sowas. So, ich hatte gestern Abend hat es mich geritten und ich wollte einfach eine, ich wollte eine Frisur. Warte, ich muss mal meinen Bildschirmding siebumsi noch anmachen. Sprache. Bildschirmzeit ist es vielleicht nicht, ne? Bildschirm. Homebildschirm. Nein. Sonst weiß ich das doch auch, was das ist. Display. Ich vollhorst, Alter. Automatische Sperre. Nie. Und heute Nacht um drei werde ich mich ärgern, weil ich vergessen habe, das Handy blind zu machen. Ich möchte ja eins, zwei volanische Motive wiederholen. Beziehungsweise die halt so machen, dass wir die schön nutzen können. Warte mal, du bist schon eher so ein Blob einfach, ne? Unter den unter den Bewohnern des Tierreichs. Ähnlich blobbig wie ich. Ich bin, ich bin Blob so in meiner Bewegungsattitüde. Und das ist okay. Ich habe heute, also die Tage sind so verrückt in letzter Zeit, ne? Weil so viel passiert. Abgesehen davon, dass ich im Moment jeden Tag zu meiner Oma ins Krankenhaus fahre. Also hauptsächlich, weil die Gott sei Dank in einem Krankenhaus hier bei mir in der Nähe liegt. Und dann denke ich, jo, wenn die schon in der Nähe liegt, dann bin ich da doch am Stissel. Also gucke ich, dass ich jeden Tag einmal hinfahre. Und ansonsten passiert halt hier so arbeitstechnisch und sowas schon wieder so viel. Ich glaube, hier werden wir ein paar Mal drüber gehen müssen, bis ich zufrieden bin. Wir fangen bald ein neues YouTube-Format an. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass, ich kann da ja auch schon einfach mal ein bisschen spoilern. Da, oder warte mal, dieses Video hier kommt am Freitag, meine ich. Und das neue Format am Sonntag in einer Woche. Kann ich dann schon spoilern oder eher nicht? Ich habe Menschen zum Besuch. Menschen, die man schon in meiner Story gesehen hat, jetzt zum Beispiel auch die Nina Workhardt zum Beispiel, die war da, die hat einen ganz tollen Podcast und sowas. Naja, und heute war der war der Dominik da, das war auch richtig geil. das sind, also, es macht einfach ultra viel Spaß, weil sonst arbeite ich ja immer alleine und, ja, in dem Fall dann halt nicht. hat was. So, warte mal. Wir müssen hier ein bisschen konstruieren. Der, nee, das Auge liegt so weit oben. Ja, du, da hat die Natur halt geschlafen. Rotkehlchen einfach After-Aware-Produktion. kann ich ja auch nichts dafür. Ich habe es nicht gemacht. Ja, naja, die waren auf jeden Fall gestern und heute zu Besuch und dann habe ich mit denen dieses neue Format da aufgenommen. Wir machen was Schönes zusammen. Das war ziemlich aufregend. Ich habe einen Kurs gelauncht, gelauncht bei mir auf der Webseite. Also zum einen so zwei Videos, die man sich einfach kaufen und angucken kann. So, dass der Schnabel guckt so hoch, das stört mich regelrecht. Warte mal, wir machen das hier nochmal neu. Die man sich kaufen und angucken kann. Das habe ich gemacht. So, warte mal. Wir machen das jetzt hier. Wir kippen das ein bisschen hoch. Wir brauchen mal einen etwas dünneren. So, du bist du bist hier und dann ist dein Auge da und dann ist alles da, wo ich es hingemalt habe. Kann doch nicht sein. Aber gut, wenn du das so willst, dann ist es so. Naja, ja, ist egal. Ich erzähle nicht so gern von neuen Dingen. Ich tue mich da immer schwer. Es ist so ultra awkward und sowas. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber das waren halt so die Dinge, mit denen ich mich heute die ganze Zeit beschäftigt habe oder die ganze letzte Woche. Ich habe es ja nicht mal geschafft, wirklich was zu malen. Wobei da auch neue Dinge auf mich zukommen beziehungsweise alte Sachen. Ich habe nämlich, also wir haben so überlegt, was man mal machen könnte und sowas und früher habe ich ja mit Copic Airbrush gemalt. Ich hasse Copic, aber dieses Airbrush-System ist halt, ist eine geile Idee. Wir hatten ja sogar mal mit einem 3D-Drucker dann ein eigenes entwickelt, das sehr viel präziser war, aber es kam halt leider nie zur Produktion, weil sich von den Firmen, die das produzieren könnten, keiner so richtig dafür interessiert hat. ist halt, wie es ist. Also, was soll ich machen? Die, ja, kann ich nicht ändern. Und dann hatte ich aufgehört, damit zu arbeiten und wollte eh einfach mal was anderes machen, habe mit Öl angefangen und darüber haben wir uns unterhalten gehabt letztens. Und dann habe ich so Bock bekommen, mal wieder mit diesem Airbrush-System zu arbeiten und das ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm. Ich habe dann gewürfelt, also weil das kostet Geld halt, Copics sind teuer. Ich habe dann, ups, ich habe dann gewürfelt, ob ich mir das holen soll oder nicht. Und der Würfel hat gesagt, ja, also habe ich mir gesagt, okay, Stichhaltiger kann so eine Information gar nicht mehr werden und habe dann halt dieses, Copic Airbrush-System wieder geholt, beziehungsweise einen Kompressor hatte ich ja noch, den musste ich nicht holen. Das ging auch so, beziehungsweise geht auch so. Also das Geld kann ich mir sparen, nur halt alles andere, die Stifte, den Airadapter und sowas. Und dann werden wir hoffentlich morgen, wenn denn dann alles da ist, ein Copic Airbrush-Bild malen, was für mich ultra wild ist. Also ich habe damit früher sehr realistisch gemalt, wirklich sehr realistisch. Und was ich daran geliebt habe, war, es gab keine Pinselstriche. Es gab einfach keine Pinselstriche. Also du hast nicht, es war wie ein Druck und ich weiß nicht warum, aber das hat mich fasziniert, es hat mich abgeholt, es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich hatte da, ja, es war halt, es war halt ein Flair für mich. Und ja, naja, morgen malen wir damit. Das ist im Prinzip das Ding. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, wenn wir den, also nehmen wir mal an, wir malen die, äh, so, das war ja jetzt nicht ganz so eine, gut, angenommen, ich hätte, äh, diesen Grashalm gebastelt, dann wäre er wahrscheinlich relativ schief. Das ist okay, kleine Dellen darf es haben. Ups, hier auch so ein bisschen einbrennen. Ach, ich überlege auch, was das erste Bild damit sein soll, aber ich überlege, was das erste Bild damit sein soll, also mit dem Airbrush. Und dazu werde ich auch eins, zwei Tutorials machen, weil, also, ich, wie gesagt, ich hasse Copic, aber ich, ich mag halt diese Art zu malen, ne, und warum sollte ich das dann nicht auch erklären, wie ich das mache? Zu meiner eigenen Maschine kam es ja leider nie. So. auch wenn die fertig entwickelt war. Da hat man wirklich nur noch eine Firma gebraucht, die, ja, die halt die Kapazitäten hat, sowas, äh, zu produzieren und das ist halt gar nicht so einfach. Mit einem 3D-Drucker alles zu machen, ist zu teuer. das ist leider nicht möglich und bei allem anderen, ja, was soll ich da diesen, diesen Prozess jetzt erklären? Es ging halt nicht. Es ging halt nicht. Okay, jetzt hat er das natürlich dahinter, aber was soll ich machen, ne? Ich hab die Füße ja nicht, also, er hat sich ja entschieden, wie er seine Füße stellt. Machen wir noch den, den Schiff, wie heißt es denn, Schwanz? Wie heißt das denn bei Vögeln da hinten? Ich hab mich gestern Abend gesehen und wusste, ich brauch eine andere Frisur und dann hat es mich so geritten, der Louis dann die ganze Zeit, oh, du willst auch wachsen lassen, mach nix, tata, also dem ist Wurst, ob ich kurze oder lange Haare hab, der hat nur, der hasst diese, diese Misere, dieses, ich hab mir die jetzt geschnitten, find's cool und eine Woche später bin ich traurig, weil ich sie ja eigentlich lang wachsen wollte und, naja, lass doch, mach's nicht und so und ich konnte aber nicht mehr, mein Kopf hat mich so gestresst, das ging mir richtig auf die Eier und dann hatte ich aber auch so eine witzige Friseurin heute früh, also hier in Incess City gibt's einen fortschrittlichen Friseur dann, hier gibt's so einen, da machst du deine Termine über WhatsApp, das find ich aber ultra anstrengend, weil, also zum einen dauert's ewig, bis sie zurückschreiben, zum anderen find ich dieses Medium WhatsApp einfach fragwürdig, um Termine zu machen, ich fühle mich damit nicht wohl, das mag im Sinne der Digitalisierung schon alles gut und schön sein, gar keine Frage, aber es ist nicht meine Welt. Na und bei den anderen musst du halt froh sein, wenn du da jemanden erreichst, dass du innerhalb der nächsten sechs Monate einen Termin kriegst, was ja auch okay ist, ich will mich da ja gar nicht drüber beschweren, wenn, wenn da so eine, so eine dumme Tante wie ich kommt, die sich spontan überlegt, eine andere Frisur zu haben, dann soll das ja nicht bedeuten, dass sich jemand sofort dafür Zeit nehmen muss, ne, aber der Friseur, der ist halt sehr, also zum einen sehr fortschrittlich, weil du die Termine online machen kannst, lieb ich und zum anderen, huch, zum anderen haben die halt immer freie Termine, also wirklich, ich habe das, ich habe das erst zweimal erlebt bei dem Friseur, ich mache dafür, für die Kinder manchmal Termine, dass da nichts frei war, nicht weil die so schlecht besucht sind oder so, sondern diese Terminauslastung, die klappt da halt einfach hervorragend, ich liebe das, so, machen wir den direkt bunt, ich habe ja Buntstifte hier, warum eigentlich nicht, ich habe auch ein Dings hier, da fehlen Stifte, da fehlen viele Stifte, hasse ich, aber okay, kein Problem, ja und die Friseurenfrau, die war auch mega cool, die hat dann nämlich, sich so, also ich erlebe das sehr oft, dass Friseure sich wenig Zeit nehmen, für sowas, das ist dann halt so ein, ja Pony, ja nein, nee, ja weiß ich nicht, vielleicht, ja okay, dann überleg tschüss, was ja auch okay ist, du bist ja, du bist ja nicht da, um eine Lebensberatung da abzuholen, oder sowas, solltest schon ungefähr wissen, was du haben willst, aber bei der war halt cool, die hat gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, was ich möchte, dass ich nur anders aussehen will, hat sich dann ultra viel Zeit genommen, um das mit mir so durchzukauen, und ja, so kamen wir dann bei diesem Schnitt an, den ich total, meine Schwester meinte, das sieht richtig mal riesig aus, also weil es so französisch wirkt, es passt so richtig zu meinem Namen irgendwie, hatte auch direkt so eine leichte französische Attitüde, saß im Auto und habe gesagt, Uffre la porte, Louis, Louis, Uffre la porte, ist das Einzige, was ich sagen kann, da hört es dann auch schon auf, ich war in Französisch Kacke, ich war aber auch nur sehr kurz auf dem Gymnasium, also ich hatte glaube ich anderthalb Jahre Französisch, und gewählt habe ich es auch eigentlich nur, weil meine Mutter gesagt hat, ach, Maris, es wäre doch total schön, ich lerne das dann mit dir, aha, aha, kannst du auch schon Uffre la porte sagen, Mama, huch, warte, jetzt müssen wir den Stuhl wieder runterfahren, ich habe gemerkt, wenn man sich zurückkippt, dann geht es, naja, wann hätte die auch Französisch lernen sollen, so als Mutter, also ich glaube, sie hätte, sie hätte nicht so tun sollen, als hätte sie die Kapazitäten mit mir Französisch zu lernen, aber rückblickend, wann hätte die es machen sollen, meine Eltern hatten eine Baufirma, meine Mutter hatte unglaublich viel zu tun, das, dann waren wir auch noch drei Mädchen, also wir wären auch drei, drei anstrengende Jungs gewesen, ist auch keine Frage, hatte nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber es war halt anstrengend, naja, dumm von mir zu denken, sie hätte die Zeit, dann hatte ich Französisch und ich habe alles daran gehasst, ich habe wirklich alles daran gehasst, und jetzt würde ich so gerne Französisch können, das wäre echt richtig cool, das wäre echt richtig cool, so, ach, die Postgas, ich habe es ein bisschen vermisst, ich habe es vermisst, bin eh so ein, also ich liebe Sprachen, das Einzige, was ich aber wirklich gelernt habe, war Englisch, und auch gar nicht in der Schule, sondern nur von dem Ami, mit dem ich zusammen war, ich hätte es wahrscheinlich auch nie gelernt, wenn dadurch nicht der Bedarf entstanden wäre, und ich das so im Alltag einfach mitgelernt habe, also das, ich, man hat sich halt erst mit Händen und Füßen unterhalten, und dann nach und nach hat sich die Sprachbarriere von alleine aus dem Weg geräumt, dadurch, dass mit ihm eh nie einer Deutsch geredet hat, das ist ein ganz großes Phänomen, was sich damals wahrgenommen hat, ich hatte viel mit Amis zu tun, durch ihn halt, mit denen hat nie einer Deutsch geredet, alle haben direkt Englisch geredet, und so haben die aber auch nicht wirklich Deutsch gelernt, also ich habe ja auch direkt Englisch versucht, mit ihm zu reden, soweit es für mich machbar war, deswegen gar nicht so schlimm, also für mich jetzt, für ihn war es blöd, aber, naja, so habe ich halt Englisch gelernt, so, weil ich mich halt irgendwie durch den Alltag friemeln musste, bin ja auch recht schnell mit dem damals zusammengezogen, notgedrungenerweise, so, ich bin mal gespannt, ich glaube, wenn das schick wird, dann benutzen wir das auch für ein paar Buttwig-Sachen, wenn, wenn ich es hier nicht hässlich mache, und heute Abend esse ich chinesisch, so gebratene Nudeln mit Gemüse, da freue ich mich so, so sehr drauf, da habe ich richtig Lust, ich vergesse in letzter Zeit das Mittagessen so, einfach weil, also bis ich hier alles erledigt habe, und dann mal vom Fleck kommen, ist es meistens so eins, halb zwei rum, und dann geht man mit den Hunden halt, Gassi, weil ich mich bewegen möchte, oder das ist so drei, und dann isst du eh nicht mehr wirklich Mittag, dann snackst du noch irgendwas, ne, ja, und dann, ciao, dann ist Zeit fürs Abendessen, also so geht es mir zumindest, das ist auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht so zu 100 Prozent richtig ist, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, und Schrödingers Tüten möchte ich morgen aufnehmen, das möchte ich morgen machen, dann habe ich nämlich auch am Wochenende so ein bisschen frei, und dann habe ich mich auch am Wochenende so ein bisschen frei, und dann machen wir hier ein bisschen die Haare, äh, die Federn, wir gucken ja gerade nach einem Haus, also es hat ja auch schon ein paar Mal berichtet, und es ist total wild, was da angeboten wird, also vielleicht ist das ja auch gang und gäbe, keine Ahnung, da war ein Haus, das war ein moderater Preis, also das war sehr, sehr renovierungsbedürftig, aber der Preis war okay, also es war was, wo man, wo man gesagt hat, ja okay, für den Preis kann man sich das mal überlegen, und bei näherem, ja, also man kann nicht mal sagen, bei näherem hinsehen, weil man musste sich dazu mehr Informationen von dem Haus einholen, also je mehr Infos man von dem Makler von dem Haus bekommt, also es stand nicht mal so bei Immobilienscout oder sowas, sondern das waren erst Infos, die man dann vom Makler bekommen hat, kam dann raus, dass das Haus, das da verkauft wird, wirklich nur das Haus ist, das, und nicht mal das Ganze, das Grundstück gehört weiterhin einem anderen Besitzer, und der behält auch zwei Kellerräume nach dem Verkauf, ich weiß nicht, wie, wie, wie kommen das ist, also keine Ahnung, wie, wie üblich das ist, macht man das? Ist das ein Ding? Und dann ist ja auch ultra ätzend, dass da eigentlich nur so Neubauten angeboten werden, dann noch nicht mal gebaute Neubauten, also nur so, hey, wir bauen dein Haus, das könnte so aussehen, aber wir werden gelistet bei hier kannst du jetzt wohnen. Okay, danke. Danke für nichts einfach. Rede ich dir zu laut, Gisela? Habt ihr gehört, wie sie geschnauft hat? So, so, auch ich denke auch, dass der ganz süß wird hier. ich freue mich so sehr, gleich auf der Couch zu sitzen und diese chinesischen Nudeln zu essen und ich hoffe so sehr, dass der Luis es irgendwie geschafft hat, bis ich nach Hause komme, schon alle Kinder zu waschen und aufzuräumen und so. Das hoffe ich so sehr. Also ich helfe ihm dabei natürlich auch gerne, aber es gibt so Tage, da bin ich einfach auch froh, wenn alles schon gemacht ist, wenn ich komme. wenn einfach klar ist, da ist keine Arbeit mehr, man kann auch zusammen chillen und so. Mit meinen Söhnen gucke ich zum Beispiel in letzter Zeit ultra gerne so eine Backshow, also, ach keine Ahnung, ist eigentlich auch egal welche, da gibt es ja Is That Cake oder Sugar Rush oder was weiß ich nicht, was für ein Schmutz. Das ist völlig Wurst was. Wir wollen einfach nur über die Kuchen reden, die da sind und wie sympathisch die Bäcker miteinander umgehen oder halt auch eben nicht. Ja, das ist alles, was wir wollen. Und mein persönlicher Traum heute wäre ja das zu tun mit chinesischen gebratenen Nudeln. Hot. Hot, hot, hot. Der Gedanke, der macht mich ein bisschen an. Ich muss mal die Zeit so ein bisschen im Blick behalten. Ah ja, es geht. Es geht. Können wir hier ein bisschen am Dübell was machen. Es tut mir total leid, aber der Tag, der war lang. Lang, 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 lang. Oh nee, und ich kann gar nicht gleich auf der Couch sitzen, weil komme was wolle. Die Gisela muss geduscht werden. Mist. Mist, 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 Mist. Vielleicht mache ich einen Volane-Klassiker für das Copic-Bild. Vielleicht so einen Volane-Klassiker, obwohl ich ja auch überlegt habe, unbedingt einen Totenkopf mit Tampon-Kopfhut zu malen. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das war auch ein dringender Wunsch von mir. Da weiß ich aber gar nicht, ob ich diese beiden Wünsche miteinander kombinieren möchte. Bin ich unsicher. So, hier so ein bisschen die Tabak-Flusel andeuten. Man hört mich bestimmt heute wieder voll viel schlucken, weil ich so Durst habe, gell? Wenn ich Durst und Hunger habe, dann kompensiert mein Speichel einfach alles. So. 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 Hier kann es ruhig auch ein bisschen knicken, wie ich finde. Der Vogel. Hier kann es ruhig auch ein bisschen knicken. Hier kann es ruhig auch ein bisschen knicken. So. Ach ja doch, das gefällt mir gut. Also ich glaube, dieses Stundenvideo ist eine ruhige Nummer für alle, die es auf Spotify hören. Es gibt ja Leute, die hören sich das nur auf Spotify an. Also das ist auch mit Video. Aber es sind wohl einige, die es zumindest behaupten, die das so zum Einschlafen gucken und so. Was ich total verrückt finde. Ich habe noch nie, also klar, es geht ja auch um mich. Aber so selbst ist es komisch zu hören, dass jemand die eigene Stimme so angenehm findet, dass er damit einschläft. Also ich finde das schön, das ehrt mich. Das finde ich toll. Das freut mich sehr. Aber es ist, es ist crazy. Crazy. Das ist ein wenig um strömenden Regen nach Hause gelaufen. Und dann hat es so eine Sekunde, also es war wirklich ultra kurz, lass es vier Sekunden gewesen sein, meine Kapuze vom Kopf geweht. Und dann hat es eine Sekunde gedauert halt, bis ich die Kapuze wieder gegriffen hatte. Also ich musste dann die Gisela kurz anders halten und sowas und die Kapuze wieder greifen und so. Und dann hat es halt diesen kurzen Moment gedauert, bis ich mir die Kapuze wieder aufsetzen konnte. Und in der Zeit hat es einfach schon so dolle in meine scheiß Kapuze geschifft, dass ich mich da so pseudo geduscht habe. Also da kam, da war so viel Wasser schon in dieser fucking Kapuze drin. Das ist eh total schlimm. Ich habe die von Jack Wolfskin geholt. Ich glaube, es war Jack Wolfskin. Und die ist halt wirklich alles nur nicht wasserdicht. Also da reicht kleiner Regen, damit das total durchlässig ist, was ultra schade ist. Ich hatte den auch schon mal geschrieben, weil die Jacke, die war auch teuer. Und dann ärgert mich sowas schon. Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Jetzt, wo ich es ausspreche, wirkt diese Ningelei so bekannt. Es kommt mir so ultra bekannt vor, dass ich so rumjammer. So, ich komme viel schneller voran, als ich wollte. Was meine Schwester und der Joschi natürlich begrüßen werden, weil die dann dementsprechend auch das Bild früh benutzen können. Aber ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht macht man auch einfach nur nur so für den Hintergrund ein paar Ästchen halt. Kann man ja, dann auch noch so plattwerk dran machen und ein bisschen mit marke feinleiner tschuldigung ich habe reden vergessen es tut mir unglaublich leid aber ja manchmal manchmal ist dann auch alles gesagt doch ich überlege die ganze zeit wie man so die äste und sowas verteilt weil ich würde die gerne so ein bisschen im hintergrund mit malen nur nur um dann auch so ein bisschen eine andere ebene aufs bild zu bringen aber ich denke so ist es schon ganz okay der der grasheim der hat keine besondere bewandtnis der schwebt halt da also ich meine will sie mir jemand verbieten will es ihm jemand verbieten schön weiß rein was wären so ein volane klassiker also ja sushi ist immer ein volane klassiker hier seht ihr das video schon am breitag vielleicht vielleicht könnt ihr definieren was so ein volane klassiker ist für euch es gibt so bilder die wiederhole ich immer nicht unbedingt also nicht so nicht so bild details wie kippen oder tampons oder so sondern tatsächlich motive wie zum beispiel das sushi mit dem aschenbecher oder der mann der irgendetwas zieht den mal ich ja immer mal wieder in bestimmten abständen und so einfach nur um zu gucken wie ist es jetzt mal ich den jetzt anders naja da kann ja jeder mal sagen was er denkt oder auch früher war es die popel laura es gibt zwei oder drei bilder von mir wie ich popel also gemalte fotos gibt es bestimmt auch welche aber die liegen dann schon länger zurück ich gebe mir mittlerweile große mühe auch sehr erfolgreich wie die ich sagen darf nicht mehr zu popeln ja ja bin bin unsicher was man nehmen könnte ich weiß es nicht ich glaube ich werde abgeholt aber viel zu früh viel zu früh wenn ich jetzt abgeholt werde muss ich ja unterbrechen das wäre blöd aber ich höre leute den luis und ich glaube auch meine tochter habe ich gesagt diese woche ist wirklich wirklich wild wenn die oma erst mal wieder zu hause ist dann also meine oma die ist ja wie gesagt ich glaube ich hatte erwähnt dies schon sehr sehr alt dann wird auch alles ein bisschen leichter wieder wenn die sich wieder zu hause eingefunden hat aber so muss man sich halt terminlich so ein bisschen vierteilen ist ja auch in ordnung ich mag das sehr es gefällt mir mir fehlt so ein bisschen so der der schimmer entscheiden den bringen wir einfach mit gelb hier rein auch wenn das da er bräunlich ist machen wir es gelb finde ich finde ich einfach besser gefällt mir mehr so so hervorragend ja hat was vielleicht wenn ich so ein bisschen wie dick ist diese weiß hier nur die ist schon dick die ist schon 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 ein bisschen dick aber geht trotzdem gut so wie hübsch ist es es ist noch nicht fertig dass wir werden da noch einmal ran müssen denke ich einmal wird es noch wird es noch gemalt aber dann dann hat man ja ein ganz schickes ding wieder hier so ein bisschen ein bisschen augenringe kann der ruhig haben er steht ja nicht umsonst auf einem grasbett das wird schon seine gründe haben so hier deuten wir auch das auge noch mal ein bisschen an hier gehen wir kurz rein so nur ein bisschen um die die federn so ein bisschen zu supporten in ihrer attitüde gar nicht zu viel soll ja auch nicht aussehen wie so ein wie heißt nochmal diese vögel die ausgestorben sind irgendwas mit du ich will da und didgeridoo sagen aber das sind die natürlich nicht das ist ein instrument die ich komme nicht drauf gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht ne schaffe ich nicht das würde mich jetzt wieder den ganzen abend beschäftigen dass ich nicht auf dieses wort komme also auf den namen von dem blöden vogel frech 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 und bei euch wird es wieder nach zwei sekunden irgendjemand selbstverständlich ist es der dumpel dumpel der piti platterpus meine chinesischen nudeln rufen meine gebratenen so es tut mir leid dass das heute so ein wirres video war aber manchmal gibt es auch wirre tage ich wünsche euch ganz viel spaß lasst euch nicht ärgern ich mache mal den stift zu weil sonst bin ich einfach nur ein arschloch viel spaß tschüss im 어떻게 das was du w du Vielen Dank.